Ich mache hier die Ansage und zwar zurück zu Let's Play Gears of War und natürlich wieder mit dabei ich und der Daniel und da ich der Esel bin, habe ich zuerst ich gesagt. Okay, hallo YouTube. Weiter geht's in einer Schlacht hier gegen diese Monster. Auf jeden Fall. Machen wir sie platt. Und da drüben läuft der Irre. Da, seht ihr. Hast du einen Spiegel oder was? Da, da drüben. Der Spiegel ist anscheinend irgendwo bei sich. Oh, bei mir kommt einer. Er kam, wollte ich sagen. Da kommt noch einer. Ja, ich würde ja gerne... Den haben wir auch. Du hast eindeutig mehr Gegner als ich, wie ihr hofft. Ja, das ist schon ein. Nächstes Mal gehst du rechts. Oh, schon mal, da unten ist irgendwas. Ich will da hin. Oh. Wie groß ist diese Faktor-Termine? Wir müssen gleich da sein. Ja, weil es zu langsam läuft. Ja, leider. Du warst so schnell. Oh, yeah. Rechts runter, oder? Das ist meins. Ach, Mann. Was ist das für eine Waffe? Die mit Kettensäge. Ja, die habe ich ja schon. Willst du die nicht? Mit Jettensäge? Mit Jettensäge? Mit Jettensäge. Mit Jettensäge. Dann Granaten habe ich auch noch. Okay. Naja, weil ich meine... Wenn dieser eine Gegner kommt, den ich dann meine, ne? Da brauchst... Da kannst du mit Schrot nicht viel anfangen. Ich hab'n Snipe. Ah, okay. What? Engine? Ah, weh. Hau ab. Geh weg. Au. Oh oh. Wow. Alter. Was ist das? Haben wir sie? Ne. Der Ehenseite ist noch immer. Nice. Dang. Alter, hab ich mich erschreckt. Ich brauch Munition. Oh ne, ich brauch Munition. So. Bist. Weiter geht's. Hier. Wo? Da an der Wand. Oh Mist, ein Korpser! Hier muss, Alter, hier muss irgendwo eine Korpser sein. Hier ist ein Korpser. Verdammt. Das erklärt das Erdbeben. Hey, hier liegt der Kopf. Äh, achte mal drauf. Warte mal, haben wir hier genau geguckt? Hier haben wir doch genau geguckt. Hier muss irgendwo eine Korpser sein. Wahrscheinlich kommt die erst noch. Vielleicht hier hinten. Ja, auf der linken Seite. Hier, ja. Wo? Mitkommen. Oh, unsichtbare Wand. Doch nicht. Hier. Ah, hier. Hier ist er. Ja. Ja, ich mach. Yay, noch einen, dann hab ich ein Erfolg. So, jetzt dürfte es gleich passieren. Lustig werden? Muss ich hier hoch? Ne, ne. Aber ich kann hier hoch. Aber ich kann es. Da unten. Da siehst du es schon? Da wo die... Die Dinger sind. Oh. Okay. Jetzt geht es los. Ich möchte nicht. Wir müssen aber. Oh. 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 Oh ne, nicht nicht. Das ist aber keine Handelsügeliefe Spinne. Also ich bin schief. Also wir müssen sie jetzt erstmal nach hinten drängen, immer wenn sie ihre Wehne weg macht. Auf den Bauch schießen. Auf den Bauch. Ja, bin dabei. Wenn sie die Beine unten hat, kannst du gar nix machen. Ah, kann ich nicht nur durch. Ne, ne. Das ist wie ne unsrbare Wand dann zwischen den Zehen. Naja, vielleicht sollte ich. Bitte. Hau an. Mach die Beinschen auseinander, du. Wo bist du denn? Liegt auf dich ein? Ne, ne. Alter. Alter. Was war das denn jetzt? Was hat der gemacht? Ich weiß es nicht, aber ich bin instant umgefallen. Ich auch. Ja, aber bei mir war es, weil der mich getötet hat. Ich weiß. Ich glaube bei mir war, weil die Platten untergegangen sind. Wir müssen den so schnell wie möglich versuchen nach vorne zu drängen. Okay. Mach ich das am besten mit der Sniper, oder? Warte mal, ich... Ich will aber mit nem Revolver schießen. Ich schieß mit der Sniper, das gibt am meisten Beobacht. Ich könnte nochmal die geile Sequenz sehen. Und vielleicht sogar noch ein Windesmal, wenn ihr Glück habt. Geil. Okay. Oh, das war gegen dein Beinchen. Sorry. Au. Ja, mach die Beinchen schnitt. Mach ich zu langsam. Komm, öffne. Kann ich durchschießen. Öffne dich. Üff! Der kommt schon. Komm, öffne dich. Wie oft müssen wir das Ganze machen? Das ist ja ganz. Der muss schon weiterhin sein, weil hinter uns, glaube ich, die Steine hintergehen. Boah, das finde ich nicht gut. Tatsache. Nein, das ist der Ernst. Oh, Neil! Ach, am Kopf, am Hals mussten treffen. Jetzt habe ich's rausgekommen. Ey! Au! Spriecher! Am Kopf oder am Hals? Warte jetzt. Am Hals. Okay, ich nehme mich mit dir. Au! Die Munition! Wie soll ich da an den Hals rankommen? Wie soll ich da an den Hals rankommen? Ich komme da nicht hin. Warte. Die Munition! Dann, du bist weg! Zack, zack! so ist die Dinger schießt Rechts und links. Au, komm mal her. Sorgtot? Wo, 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 wo. Hier, komm zu mir. Mich lebendig. Mich lebendig. Au. Ich bin geschobst. Ich bin geschobst. Du musst hier auf die Dinger schießen. Wieder unten drin. Ich glaube, wir halten ihn bloß. Oh nein, ich bin schon wieder. Nein. Oh, Scheiß. Boah, ich kann die Dinger voll auf den Sack. Warte mal, ich versuch jetzt mal. Oh, was für Dinger. Hier, hier, die, die Schnallen. Oh, irgendwas schubst du mich die ganze Zeit. Siehst du, rechts und links da diese Janiere. Die blauen. Die ganze Hölle schubst mich da. Alter, ach der mit seinem blöden rumgerüben. Oh, ich bin schon wieder. Ich auch. Scheiße. Alter, der schubst voll. Du hast doch gesehen die Janiere da mit dem blauen Punkt, ne? Ja, ich hab sie jetzt dann gesehen, ja. Die müssen wir kaputt schießen. Ey, der hat voll gecheatet. Ja, der hat voll irgendwie sein Maul und ich bin, ich bin gar nicht mehr vorwärts gekommen. Ein drittes Mal dieses epische Fecht. Ah ja, schaffen wir schon. Und Leute, das ist lässig, ja. Ähm, ach ja. Hab ich schon gefragt, wo er bleibt? Ja, er sagt ja auch keiner was zu tun mit uns, wenn er was übernützt und es halt ausfinden. Hm, aber ich wollte es erst nicht so sagen, wegen Spoilern. Ja, ich weiß nicht, wo ich ihn schiebe. Ist er noch auf den Kopf oder was? Ich baller jetzt aus der Hüfte, ja. Mir reicht's. Ich bin lieber vor, dass... Ich geh tot! Ich hab da gerade hinwommen. No, 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 no. Oh, oh. Alter, haben wir einen Lax oder was ist los? Was haben wir? Wir haben einen Lax, aber... Weil ich werde die ganze Zeit weggestopfen irgendwo. Ja, das ist, wenn er seinen Maul aufmacht. Ah, schön nach hinten gehen. Oh ja, so ist fein. Fein spinnilein. Bleibst du jetzt mal auf der Seite, ja? Auf der linken oder rösten? Au, mich hat er vorhanden. Alter. Alter, der hat uns mit seine Spicker-Arme. Du ein Aasloch. Ja, der ist wirklich, äh, muss ich sagen... Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass der, äh, so schwer ist. Ich hab den eigentlich leichter in Erinnerungen. Man muss bloß, äh, ein bisschen in Bewegung bleiben, glaube ich. Also... Ich bin nicht zu blöd, oder? Nee, 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 nee. Wir bleiben mal jetzt nicht auf. Wir rennen jetzt immer so ein bisschen... Achte mal auf seine Beene. Wenn er diese, diese Spicker-Attacke macht da, weißt du? Und immer wenn er so brüllt, dann über die Fresse schießen. Okay. Wie klar, äh, ist das? Kannst du auch aus der Hüfte schießen. Ja, nimm das. Lol, meiner rennt. Meiner ist wirklich in Lava gerannt. Na, ich komme. Daniel! Wo bist du? Drück das mal. Wow, die Beinchen haben dich fast erwischt. Wir kamen fort. Und jetzt? Ja, ich hab geschossen. Hat ihn nicht interessiert. Man darf wohl nicht zu weit Abstand halten, weil er ja... Ich steh in seinen Beinen. Ja, ich seh schon. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nein, voll rein, aber es juckt dir nicht. Wo zur Hölle? Oh Gott. Alter. Okay, das wär schon mal geschafft, der Einweil. Oh ja, jetzt geht's gut. Ich glaube, du musst auf den Gürtel schießen. Ja, ich glaube, es wird nicht. Bei mir ist offen. Achso. Ich muss auf das Ding schießen. Jetzt haben wir's. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt schon mit dem Gürtel. Ja. Ja. Ich bin bei der Gürtel. Ich vermisse Vieh. Ich steh. Pass auf, der kommt noch mal raus. Boah. Ich mag das gar nicht. Jetzt ist aber Schluss. Uiuiui. Kommt da auch schon. Das war ja auch schon soweit. Hast du gehört Daniel? Los geht's. Nichts verpassen. Ja, aber die Chormarke, die da hinten... Da hinten war doch ein Zeichen, weißt du noch? Bin mir nicht sicher, ob da eins war. Ich hab keins gesehen. Können wir nochmal zurück? Komm, wir gucken mal, wie weit wir zurück können. Außerdem nicht hier noch Munition überall. Abum, boah, abum, boah, na, na, na. Er hat ja nicht geschafft, diesmal hier die Dinger kaputt zu machen. Hier muss irgendwo... Hier muss hier eine Komarke liegen. Bei dem Typen hier? Nee. Oh, hier hinten können wir nicht lang. Können wir nicht mehr zurück? Nee. Das war doch aber hier im Mittel... Das zeichnen wir doch da vorne. Ja, Leute, falls einer weiß, äh... Na gut, der das Video oben ist, äh... Haben wir es vielleicht selber schon nochmal durchgespielt. Hier, brauchst du Munition? Ich hab schon. Also, ich... Ich hätte jetzt gedacht, hier bei der... Bei dem Toten da, weißt du? Aber ich... Weiß nicht. Weißt du, was ich gedacht hab? Ich bekomme wir... Ich dachte, wir bekommen einen Erfolg für den Boss. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, weil den hätte ich dann auch kriegen müssen. Aber... Hier ist nichts, ne? Nee. Äh, hab ich die Munition nicht vorhin aufgehoben? Ach, die spawnen immer wieder wegen dem Boss. Na gut. Falls einer weiß, kann er ja trotzdem mal unterschreiben. In die Comments. Oh ja, bitte, wär cool. Und dann in der... Also, in der Box. Falls wir das, äh... Ich denke, ich denke, bis dahin haben wir das nicht nochmal durchgespielt, äh, weil wir ja die anderen Teile dann auch erstmal machen, ne? Oh ja. Nice nach dem Mann. Ah, wo du hast du teleportiert? Ja. Sieh dir den Saft an! Bitte des Eisbergs. Was meinst du, was all die Emulsion wert ist? Ich glaube, so weit kann ich nicht zählen. Wo gehst du hin? Meinst du, wir müssen da hin? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich... Renne einfach. Komm mal. Von links lang? Ja, doch. Wie? Wer liegt hier noch? Bin's nicht? Oh, hier liegt ein Kopf. Dann schubs ich mal. Okay, hier ist der Plan. Dom, wir gehen geradeaus rein. Cole, Bert, ihr zwei unterstützt uns von rechts. Ach, warte mal kurz. Und pass auf den Resonator auf. Verstanden? Verstanden. Geht klar. Was gibt's, Daniel? Ja, warte. Wo bist du? Hier? Komm mal mit. Ja, hier oben. Wie? Ich kann dir jetzt mal... Du kannst jetzt mal die Waffe benutzen, ja? Oh, was hast denn du da? Hier. Hier liegt er. Ja, jetzt darf ich so weit laufen. Wo bist du denn? Komm hierher. Wo bist denn du? Hier drüben. Ach, hier drüben? Ja, hier. Muss zurücklaufen und dann da rum. Ja, ich laufe einfach oben lang. Nein, hier ist doch... Kannst du nicht runterspringen. Hier oben ist doch... Dings. Ach, geht's nicht? Nein, komm zurück. Doch. Das ist nämlich hier dieser Pfeil und Bogen, was ich dir erzählt habe. Ach so. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich renne schon. Mit den Granatpfeilen. Die spicken dann im Feind drinne. Und... Hab ich doch gesagt. Ja, okay, ich renne, ich renne, ich renne. Äh... Die kannst du doch mal. Später finde ich ja sicherlich auch eh, ne? Was hier noch? Ja, behalte doch erstmal. Ne, ne, nimm du die mal. Weil da kommen gleich heftige Feinde, ne? Die kannst du doch schön damit bespicken. Da kommt da. Bespicken. Da kommt da. Bespicken. Bespritzen. Lauf vor uns. Ich bin unterwegs. Lauf vor uns. Ich muss um die Kurve rennen. Also laufen. So. Ja. Und was schmeiß ich denn weg? Weiß nicht. Die Sniper. Wo ist sie? Oder... Ach, da. Ne, die Schrot. Oh ja, geil. Nex Pfeile. Oh, geil. Und da kann ich ja gar nicht zielen. Ja, ja. Ne, wenn du zielst und dann ist der Pfeil weg. Also überlege ganz genau, wann du schießt. Oh. Da kommt ja so ein Strahl, ne? So ein blauer. Ach so. Links, rechts? Äh, was hat der vorne nochmal, Alter? Wo sind die langgegangen? Ne, wir müssen glaube ich hier lang. Ich hab keine Ahnung. Ich geh einfach mal hier lang und folge dir und bete zu Gott, dass wir richtig sind. Ja, ja, wir müssen hier lang. Die anderen Beden sind außen rum. Hast du gehört? Was ist das für ein Geräusch? Das ist der Wind. Gleich kommen die Fallen hier in der Anlage. Das letzte Mal, weinde, zu dir gesagt. Da. Okay, wo ist er? Wo ist er? Wo war er? Äh, scheiße. Scheinen aufgerüstet zu haben. Das sind Theron-Wacht. Meinst du, die wissen, was wir vorhaben? Die sehen aus, dass wir keine Pekse verkaufen. Also sind sie misst. Niemals. Ey, da redet ja wie, äh... Gollum. Oh, oh, und die Pfade ist auch schon wieder vorbei. Aber wir müssen hier, oder? Äh, äh... Ja, ich glaube, wir haben jetzt keine Wahl. Oder wir cutten ganz schnell und machen dann weiter. Ja, mir ist egal. Okay, machen wir schnell einen Schnitt. Ja, du musst mich aber beschützen. Ich muss auf dem Desktop. Ja, also sage ich mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.